Von den Verhältnissen von dem Verkehr in Boiberik. Bei uns in Boiberik haben wir, was man nennt, einen großen Verkehr. Wir haben eine Straßenbahn und einen gelben Bus für das gemeine Publikum und für die Gesellschaft die gehobene Wagen von der Firma Mercedes und von anderen Marken auch, wo man sitzt am Steuer in Person und lenkt nach rechts und nach links um die Ecken oder geradeaus, je nachdem, und auch Wagen, welche sind importiert aus Japan und Lastautos für die Lasten, für Säcke und Fässer und Bretter und was noch und sind die Straßen voll bis zum Rand und mit Stau und die Polizei kommt und sagt, parkieren verboten, damit der Verkehr in Boiberik bleibt flüssig. Nur die, welche können nicht gut laufen, dürfen parkieren mit einer Genehmigung, welche ist nummeriert von der Polizei. Sind wir neulich gegangen, mein Weib und ich, in ein nobles Restaurant haben geragt zu essen ein Carpaccio, was ist rotes Rindfleisch, dünn gehobelt mit einer Soße, einer pikanten, und sie hat gehabt ein paar Glas Wein und wir haben geredet von uns selber und von Politik und von dem Leben und ob ich soll vielleicht werden ein Kandidat für Bürgermeister von Boiberik in der Kampagne, welche sein wird diesen Herbst. Und war sehr gemütlich alles und anregend, sodass die Zeit ist vorbeigegangen an uns wie im Flug. Und zum Schluss habe ich gezahlt an den Kellner und ihm gegeben ein Trinkgeld, ein reichliches, und sind wir rausgegangen zu unserem Wagen von der Firma Mercedes, welcher wir haben parkiert mit allen Stickers dran, wo draufstehen die Genehmigungen und mit einer Bestätigung, das ist erlaubt für uns zu parkieren vor dem Restaurant, weil ich nicht kann so gut laufen. Und wir haben wollen heimfahren in unserem Wagen in die Vorstadt von Boiberik. Und treten wir raus aus dem Restaurant und ich sehe, dass mein Weib hat auf einmal ihr Euweh-Gesicht mit großen, feuchten Augen und mit Blässe. Und höre, wie sie ruft, der Wagen ist weg. Und ich sage, das ist eine Unmöglichkeit. Ich habe gelassen den Wagen ganz fest verschlossen, mit allen Stickers dran, wo draufstehen die Genehmigungen, und mit der Bestätigung, und den Motor abgestellt und die Bremsen angezogen an die Achsen. Aber mein Weib sagt zu mir, der Wagen ist weg. Siehst du ihn vielleicht, steig doch rein in den Wagen, wenn er ist da. Aber er ist nicht da. Und ich sehe, dass mein Weib hat recht, wie gewöhnlich. Und ich fange an, ein Geschrei, Polizei, der Wagen ist weg, Polizei, wo ist die Polizei? Immer, wenn einer sie braucht, die verfluchte Polizei, ist sie weg. Mein Weib aber ist eine erfahrene Person in Angelegenheiten, welche betreffen die Öffentlichkeit und im Verkehr mit amtlichen Personen. Und sie sagt, gib schon Ruhe mit deinen Nerven. Wenn du wirst aufregen, deine Nerven, wie willst du werden Bürgermeister in Boiberick, in der großen Kampagne, welche sein wird diesen Herbst, du hörst? Und sie nimmt mich bei meiner Hand und schleppt mich zurück in das Restaurant zu dem Kellner. Und sie sagt, sie müssen helfen, Herr Oberbittschön. Und danke im Voraus einem armen Menschen, welchen man hat beraubt um seinen Wagen von der Firma Mercedes vor dem Eingang von diesem Restaurant, entweder durch Diebstahl von Räubern oder durch die Polizei selber, die Ganoven. Wir bekommen jetzt ein Bühne, wir brauchen die Trennung eine Kampagne, das sagt Kunerinnen, wenn sie noch AC gebeten werden, Und dann lass mich schnell wie Zerathhaus ein Bühne, da kommt ein Bühne